Hast du alte und hässliche Kleidung? Bist du immer traurig, denn du bist zu hässlich? Kein Problem! Wir haben viele sehr schöne Kleider mit schönen Zubhör für dich! Wir haben Hosen in blau, Hosen in grün, Hosen in rot und du hast viel Glück! Es gibt ein Sonderangebot für nur dich! Willst du Kleider? Fast alle unsere Kleider sind sehr billig! Das erste Model trägt ein Hemd in weiß für nur 5 Euro! Oder die Hose in dunkelblau für nur 6,87 Euro! Er trägt auch billige Schuhe in weiß für nur 2 Euro! Das Outfit steht im Seher, weil wir billig und modern Kleidung haben! Der Poli in schwarz auskarriert? Nur 5 Euro! Du kannst alles zur Schule, zur Arbeit, alles für nur 28,87 Euro tragen! Musst du mehr Kleider? Kein Problem! Das zweite Model trägt unsere besten Kleidung, perfekt für Radfahren! Willst du das Rad Trikot? Wir haben viele Trikots in schwarz und weiß für nur 200,000 Euro jedes! Er trägt auch einen Fahrradhelm, der 900,000 Euro kostet! Wir haben auch schöne und moderne Schuhe für 200 Euro! Es ist so billig! Wir haben Kleidung für alles! Und du kannst alles diese Kleidung für nur 2,800,200 Euro kaufen! Aber machst du nicht unsere Kleidung? Keine Bange! Wir haben das beste Zubauer in Deutschland! Eine sehr große Halskette für nur 12 Euro? Perfekt für das Trampolin? Oder eine Armbanduhr in gelb? Aus Kunststoff, es ist nur 1 Euro! Du kannst es zu Kindern geben! Oder nicht! So kommen wir zu KDW! Die beste Kleidung und bisher ist Zubauer! Das ist kaum Sonderangebot, das endet in nur 10 Jahren! Alles sind sehr billig! Und du kannst alles unsere Kleidung kaufen! Du musst zu KDW jetzt kommen! So kommen wir zu KDW! Bitte! Wir sind sehr bankrott! Wir sind sehr bankrott!